Hallo und willkommen bei Muski Statistica. Wow, wir haben schon Juni. Ist das ja nicht schnell verflogen bis jetzt? Egal. Diesen Monat wollte ich mal pünktlich mit meinem Statistica-Video sein, deswegen gibt es tatsächlich jetzt am 2. Juni schon das Video, den 1. Juni brauchte ich zum Auswerten, also einen Tag Verzögerung werde ich immer drin haben und was lässt sich sagen, es hat sich wieder einiges getan in der Community und ich habe aber auch einiges mit der Statistik, also was heißt einiges, eigentlich habe ich vieles so gelassen wie es ist, weil bis jetzt habt ihr das sehr gut angenommen und es hat euch gefallen, aber ich habe die zwei Statistikarten, die wir die letzten Male hatten, miteinander kombiniert. Als erstes lässt sich sagen, wir haben insgesamt in der Community 1.447 neue Abonnenten, ein sehr, sehr schönes Wachstum mal wieder. Ich habe mich dazu entschieden, den zweitgrößten Kanal aus der Statistik rauszunehmen, weil einfach zu wenig Whisky da drauf verkostet wurde. Ich habe den Götterfunken, Daniel Beuthen, habe ich rausgenommen, weil das letzte Whisky-Video ist einfach 8 Monate her und ihn ja als Totenkanal aufzuführen, obwohl eigentlich hin und wieder noch Videos kommen, die aber nichts mit Whisky zu tun haben, fand ich jetzt auch doof. Und vor allem verfälscht er die Statistik einfach mit dem Wachstum. Dafür gibt es aber auch einen neuen Kanal, auf den ich jetzt gleich direkt als erstes eingehen werde und dann schauen wir uns einfach mal an, wie sich unser Ranking so entwickelt hat, wer irgendwelche Spitzenzahlen hat und ja, gucken einfach mal, was sich so getan hat. Es war ein relativ ruhiger Monat, man muss aber natürlich auch dazu sagen, ich habe letzten Monat verspätet das Video gemacht, von daher ist es nicht ganz einen Monat gewesen, sondern eher so drei Wochen oder sowas. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ein neuer Kanal ist natürlich dementsprechend noch relativ klein auf dem letzten Platz, auf dem 82. Platz tatsächlich. Wir haben inzwischen 82 Kanäle, wenn ich das richtig sehe. Und zwar ist das der Kanal Ash's Whisky. Das ist eine junge Dame, die im Moment bei 15 oder ich glaube heute sind es jetzt schon 16 Abonnenten steht, als Neueinsteiger und wir schauen einmal auf den Kanal drauf. Ash's Whisky gibt ganz schön Gas, im Moment kommt nahezu jeden Tag ein Video. Der Kanal ist jetzt ungefähr einen Monat alt, wenn ich das richtig sehe. Es ist schon ordentlich Content vorhanden und die Ashley macht sich auch wirklich Gedanken zu den Themen. Also es sind nicht nur Verkostungsvideos, sondern es ist auch mal, hier wird sich kritisch mit der Alkoholmenge, die man trinkt, befasst. Hier gibt es Begrifferklärungen oder Whisky-Regionen, also Erklärvideos. Ist schon cool gemacht, also sieht nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, was da noch kommt und ich denke, nächsten Monat werden das ein paar Abonnenten mehr sein. Ja, dann schauen wir mal auf die Liste. Wie gesagt, die Plätze haben sich nicht so viel verändert, aber spannenderweise haben sich die zwei letztplatzierten Kanäle davor extrem verbessert. Die beiden Kanäle sind Bavarian Redneck Whisky mit Chris Huber und Whisky Wiser. Sind immer noch auf Platz 81 und Platz 80. Allerdings haben die beiden Kanäle ein unfassbares Wachstum hingelegt. The Bavarian Redneck hat von vorher 23 Abonnenten auf 41 Abonnenten zugelegt. Das sind 18 neue Abonnenten und immerhin ein Wachstum von 43,9%. Nichtsdestotrotz, und das ist in dem prozentualen Wachstum der zweitgrößte Zuwachs diesen Monat gewesen. Mit 43,9%, das ist ja Wahnsinn. Nichtsdestotrotz hat der Kanal einen Platz verloren. Unglaublich. Liegt einfach daran, weil Whisky Wiser von vorher 20 Abonnenten auf jetzt 45 Abonnenten gewachsen ist. Das sind 25 Abonnenten hinzugekommen und ein Wachstum von 55,56%. Und damit hat er Chris Huber überholt und beide Kanäle sind unfassbar gut gewachsen. Ja, das sind auch tatsächlich die beiden stärksten Kanäle im prozentualen Wachstum. Was natürlich, das habe ich letztes Mal im Video auch gesagt, bei der Kanalgröße nicht so schwierig ist. Wenn ich, ich sag mal, blöd gesagt, 10 Abonnenten oder 20 Abonnenten habe und kriege 2 dazu, habe ich 10% Wachstum. Wenn ich 1000 Abonnenten habe und kriege 2 dazu, dann nicht. Naja, aber es sei ihnen gegönnt. Ich freue mich sehr, dass auch kleine Kanäle hier scheinbar gut wachsen. Und das zieht sich diesen Monat so durch. Also viele der kleinen Kanäle sind echt gut gewachsen. So zum Beispiel auch MKUltra. MKUltra hat 10 neue Abonnenten gekommen, ist jetzt bei 63 und hat ein Wachstum von 15,87%. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu den beiden gerade genannten Bavarian Redneck Chris Huber und Whiskey Wiser, dann ist es total spannend zu sehen, dass der Bavarian Redneck schon einiges an Content hat, während der Whiskey Wiser weniger Content hat. Ich habe jetzt in die Videos aber nicht so sehr eingeguckt, ob die qualitativ sich unterscheiden, warum der eine mehr gewachsen ist als der andere oder ob da Sympathie im Grund spielt. Spannend finde ich zum Beispiel auch, dass beim Redneck auch Shorts mit drin sind. Das ist ja noch ein YouTube-Medium, was in der Whiskey-Welt bis jetzt noch relativ wenig benutzt wird. Aus verschiedensten Gründen. Chris Huber nutzt und ich bin sehr gespannt, was dabei so in Zukunft rauskommt. Also die Aufrufzahlen der Shorts sind zumindest schon mal gar nicht so schlecht. Die sind schon ein bisschen größer. Bei dem einen, bei dem anderen geht's. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich werde das mal im Blick behalten und schauen wir mal. So, dann gibt's einen spannenden Kanal vom Olli, Wasser und Malz. Der Kanal hat diesen Monat zwei Plätze gut gemacht und hat genau 100 Abonnenten, 21 mehr als letzten Monat. Endlich! Der Olli war lange, lange relativ weit hinten in der Liste. Jetzt ist er endlich bei den 100 Abonnenten, ein Wachstum von 21%. Und was soll ich sagen? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Olli bei Whiskey Jason als Gast in seinem Sonntagstream war. Da sind einige Abonnenten dazugekommen. Nichtsdestotrotz absolut verdient. Freue ich mich total für den Olli. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Weiter so. So, ach ja, Platz 71 ist der Olli jetzt. Dann haben wir auf dem 61. Platz den Kanal, der letzten Monat unfassbar gut neu eingestiegen ist und auch diesen Monat ein sehr, sehr gutes Wachstum hingelegt hat. Wir sind bei Andrea mit Slange Vars. 37 neue Abonnenten, jetzt 264. Einen Platz gewonnen und 14,02% Wachstum. Wir schauen einmal auf den Kanal drauf, wo das mit der Andrea jetzt so hingeht. Und man sieht, es kommt regelmäßig Content, aber es ist vor allem humoristischer Content. Also es sind jetzt tatsächlich auch mal, es ist glaube ich sogar ein Verkostungsvideo dabei, aber es geht halt mehr um das ganze Humoristische. Ich finde, die Andrea macht das hervorragend. Da ist unfassbar viel Kreativität hinter. Die wünschte ich, hätte ich manchmal gerne. Vielleicht muss ich solche Videos von meiner Frau machen lassen. Ich glaube, die würde das auch in einer anderen, aber ähnlichen Art hinkriegen. Und für sowas bin ich dann, glaube ich, einfach zu steif. Wie sagt man immer, ich bin der Buchhalter des Whiskys. So werden manche Videos von mir interpretiert. Naja, ich finde die Videos von der Andrea total cool. Schaut euch mal das letzte mit dem Masterclass-Tasting an. Ein Genuss. So, dann können wir uns relativ weit springen. Wie immer ist der Block zwischen Platz 44, 45 und Platz 58. Da gibt es unfassbar viele Platzänderungen. Ich blende euch das mal ein. Liegt einfach daran, weil diese Kanäle alle so nah beieinander sind. Und der eine Kanal wächst mal diesen Monat schneller, der andere wächst den anderen Monat schneller. Deswegen ist das ein stetiges Hin und Her. Es gibt so ein paar, die sich langsam abtun von der Masse und ein bisschen lösen und nach oben schielen. Aber es gibt halt jeden Monat schon ordentlich Positionswechsel. Rausgestochen aus der Masse ist diesen Monat auf jeden Fall TK Whisky auf Platz 43 hat jetzt 416 Abonnenten, 82 mehr als letzten Monat. Wow, das ist viel und ist in den absoluten Zahlen tatsächlich nach zwei riesengroßen Kanälen das größte Wachstum. Also außer Padhawk und Simple Sample hat keiner mehr Abonnenten in absoluten Zahlen bekommen als TK Whisky. Und das ist mal eine Leistung. Dafür sorgt es natürlich auch, dass er acht Plätze nach oben gewandert ist, jetzt auf dem 43. Platz und ein sattes Plus von 19,71% gemacht hat im Wachstum. Wir schauen einmal auf den Kanal drauf, ob man irgendwas erkennt, wie TK Whisky so stark gewachsen ist. Die letzten Videos haben eigentlich relativ konstante Aufrufzahlen. Eins sticht heraus, vor einem Monat ungefähr, meine Top 3 Standard Whiskys, das war die Whisky Challenge, bei der viele, viele YouTuber mitgemacht haben. Zumindest die, die nominiert worden sind. Und das hat bei ihm über 1000 Aufrufe generiert. Gute Leistung. Das hat sich auf jeden Fall für ihn gelohnt und wieder mal zeigt sich, Top Videos sind Clickbaits, die sorgen dafür, dass Aufrufe generiert werden. Ja, dann schauen wir. Die zwei Kanäle davor haben auch Gut Plus gemacht. Michel van Mayhem mit 37 neuen Abonnenten und einem Wachstum von 8,71%. Und noch ein Ticken besser und nur deswegen hat Michel keinen Platz gut gemacht, war Whisky Notes CS mit 53 neuen Abonnenten und einem Wachstum von 11,32%. Respekt. Also diese drei Kanäle gehen gerade ziemlich gut im Gleichschritt voran und versuchen sich ein bisschen von der Masse abzuheben. Funktioniert, dass da sie jetzt so die einzigen drei Kanäle in der 400er Range sind, die anderen sind noch in der 300er Kategorie. Und bis zu den 500ern ist es ein Stück, aber ich sag mal, mindestens mal Whisky Notes CS könnte nächsten Monat ranreichen. Wenn TK Whisky nochmal so ein Wachstum hinlegt, dann ist es spätestens übernächsten Monat auch soweit. So, wie schon die letzten Monate ist auch der Kanal Literatur und Whisky wieder gut gewachsen. Diesen Monat ist es einen Platz nach oben gegangen. Immerhin 48 neue Abonnenten, ein Plus von 6,54%. 734 Abonnenten sind es jetzt und ein solider 32. Platz. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann müssen wir mal wieder auf einen Kanal schauen. Das ist mir total unangenehm. Nein, es ist nicht. Es ist mein Kanal. Ich freue mich mega. Ich habe nämlich diesen Monat die 1000 Abonnenten geknackt. Da kann ich erstmal nur vielen, vielen Dank an alle meine Abonnenten sagen. Mega. Ich habe mich riesig gefreut. 42 Abonnenten sind bei mir diesen Monat dazu gekommen. Das ist ein Plus von 4,12%. Und tatsächlich, wenn man sich die Kanäle mit über 1000 Abonnenten anguckt, nach Simple Sample, wieder das größte Wachstum. Finde ich klasse. Freut mich, dass mein Kanal scheinbar gut bei euch ankommt und hoffe, dass das so weitergeht. Ja, dann schauen wir mal auf die Kanäle, auf den Kanal TheMoldHead. TheMoldHead hat es nämlich tatsächlich geschafft, als einziger in den Top 20 eine Positionsverbesserung hinzulegen. TheMoldHead hat Molds & Metal überholt. Und hat zwar selbst nur 20 Abonnenten hinzugewonnen, ist aber nicht schlimm, hat gereicht und ist damit auf den 17. Platz gesprungen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, Platz 5, Simple Sample, unfassbares Wachstum. 5.520 Abonnenten haben sie jetzt, 300 neue, 300 mehr als im letzten Monat. Das ist in absoluten Zahlen der absolute Spitzenwert und mit 5,43% ist es auch der beste Wachstumswert unter den tausende Abonnenten. Und ebenfalls ein sehr gutes Wachstum hat Padhawk hingelegt mit 209 Abonnenten, aber bei 11.800 Abonnenten ist das nun mal nur ein Wachstum von 1,69%. Aber auch das muss man erstmal schaffen. Und was ich richtig spannend finde, ist, dass Platz 1, Whisky.de, keinen Abonnenten hinzugewonnen hat. Und da sei wieder gesagt, ich sehe ja nur die 10er Schritte, ich sehe nicht die absoluten Zahlen. Aber es sind letzten Monat 67.700 gewesen, es sind diesen Monat 67.700 und damit ein Wachstum von 0%, nämlich gar nicht. Und es ist das erste Mal, seit wir die Statistik erheben, dass Whisky.de keinen Zuwachs gewonnen hat. Finde ich interessant, finde ich hochspannend. Und umso mehr ist es natürlich beeindruckend, dass wir in der Community 1.447 neue Abonnenten bekommen haben. Und das ohne Whisky.de. Das zeigt, dass immer mehr auch auf die kleineren Kanäle Wert gelegt wird, dass auch das Content angenommen wird. Und ja, freut mich einfach. Ist schön zu hören. Gut. Es war diesmal so ein bisschen gemischt zwischen dem normalen Ranking und dem Wachstumsranking vom letzten Mal. Sagt mir gerne mal, wie euch das gefallen hat. Oder soll ich das Ganze aufteilen? Soll ich daraus zwei Videos machen? Ansonsten bin ich gerne noch offen für Vorschläge, was man sonst noch so machen könnte mit dem Ranking. Wie man das noch auswerten könnte. Soll ich mir mal einzelne Kanäle angucken und die über ein paar Monate vielleicht mal mitverfolgen und dann noch detailliertere Statistiken zu machen? Soll ich auch mal andere Sachen auswerten? Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, ich soll mal vielleicht Whisky-Preise mal auswerten. Wobei das immer schwierig ist, weil es ändern sich halt auch nur mal Abfüllungen. Bei der Core-Range ist es vielleicht noch am ehesten machbar, aber auch die ändert sich immer mal wieder. Ja, da bin ich für Vorschläge echt gespannt oder für Vorschläge echt offen. Bin gespannt, was ihr vorschlagt und hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt und auch was bringt und ihr vielleicht immer mal wieder den ein oder anderen neuen Kanal kennenlernt. Und für die, die auf dieser Liste stehen, ein vielleicht Anreiz ist, guten Content zu produzieren und weiter zu wachsen. Für mich persönlich ist es das zumindest. Ich versuche jeden Monat ein gesundes Wachstum hinzulegen, nachhaltig zu sein, dass das nicht nur Clickbaits sind, also nicht nur Top-Videos, sondern ich möchte nachhaltiges Wachstum haben. Und für mich ist das schon ansprachend, natürlich. Ich gönne jedem seine Abonnenten und sein Wachstum, aber natürlich ist es immer schön zu sehen, wenn man selber gut ankommt oder vielleicht auch mal noch einen Platz nach oben klettert. Das soll nicht böse gegen irgendwelche anderen Kanäle gemeint sein, aber ein bisschen Wettbewerb, wie hieß das immer, Wettbewerb fördert. Vielleicht verbessern wir uns dadurch ja. Naja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, eure Meinungen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like dalassen oder noch besser ein Abo dalassen, damit auch mein Wachstum weiter funktioniert. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button und wichtig, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin. Ciao.